Die Gemeindewahlen 2019 bei Radio L. Der Kandidatencheck. Hoi miteinander, mein Name ist Andrea Kaiser-Kreuzer und ich kandidiere erneut für die FDP Schellenberg. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, Julian, 20 und dann 14 Jahre alt. Ich bin selbstständige Buchhalterin und meine Hobbys sind Lesen, Segeln und Bewegung in der Natur. Ich kandidiere erneut, weil mir der Schellenberg am Herzen liegt und ich in den letzten acht Jahren erfahren habe durfte, dass man wirklich etwas bewegen kann. Ich möchte dazu beitragen, dass die hohe Lebensqualität im Schellenberg erhalten bleibt. Ich möchte eingehen auf die verschiedenen Generationen und mich stark machen für ihre Anliegen. Zudem möchte ich natürlich den Frauen als Stimm gehen im Gemeindesrat. Meine Botschaft lasse ich euch aufstellen und gehe nicht auf, weil nur durch Hartnäckigkeit kann ich etwas erreichen.